Neue Runde, neues Glück meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Battlefield Hardline. Wir spielen Banküberfall, also nicht Banküberfall, wir spielen Blood Money auf der Karte Banküberfall und ich werde mich dieses Mal des Mechanikers bemühen. Werde die P90 nehmen. Was haben wir denn da? Magnum, schaut alles ganz gut aus. Tarnung, hier haben wir nochmal ein bisschen Elite, bam. Packen wir mal Elite-Tarnung drauf, weil wir so geil sind und versuchen einfach mal, ich versuche mal einfach auf die Stats zu scheißen, oder? Nee, komm, wir scheißen nie auf Stats, oder? Wir sind das richtige Stats-Geier, das richtige Stats-Geier. Ihr seid das Stats-Geier, wir sind Stats-Geier, alle sind Stats-Geier. Voll geil, ich habe auf der E3, also ich war ja selber nicht da, bin ja zu kleiner YouTuber und zu unbekannt und weiß der Kuckuck was, habe ich gesehen, dass es einen neuen Xbox-Controller geben wird und der wird richtig, richtig geil. Ja, da ist außen einer. Wo ist denn der hin? Wo ist der Typ hin? Ach, da ist er. Nicht mit mir. Oh, das war aber knapp. Das war aber mega knapp, Kollege. Das möchte ich wissen, wie viel Energie du hast. Das möchte ich wissen. Ja, okay. Hätte ich mir fast gedacht. Dass ich dich schon fast hatte, hatte ich mir schon fast gedacht. Oh, oh, der ist aber, oh, 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 oh. Die sind aber auch schon ganz schön weit vorne, Kollegas. Schon wieder Hilfe bei Kill. Naja. Aber wisst ihr was? Wir machen das ganz tricky-micky. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mit dem Visier nicht viel anfangen. Mit dem komme ich nicht so klar. Ich bräuchte ein anderes Visier, das so ein bisschen, naja, nicht defensiver ist, aber so ein bisschen. Oh, Brandsatz. Bleiben wir mal ein bisschen defensiv. Der hat ihn da hinten eingesperrt, den Kollegen. Dann geben wir ihm mal Feuer. Da ist keiner. Aber da drüben war jemand. Und da schauen wir doch mal fix rüber zu dem Kollegen. Ich glaube, ich versuche ein bisschen mehr aus der Hüfte zu machen. Das könnte funktionieren. Schauen wir mal hoch. Erschreckt mich doch nicht so. Alter, hast du einen Triggerfinger. Einen abgespaceden Triggerfinger. Dieser Kollege hier. Ne, 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 ne. Oben auf dem Dach sind sie. Aha, da sieht man doch auch ein paar Fans hier oben, oder? Also was wollte ich sagen? Der neue Xbox-Controller ist wirklich überragend. Da kann meiner Meinung nach der SCUF-Controller dann schon langsam einpacken. Das ist natürlich sehr, 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 sehr geil, was die da gemacht haben. Und ich denke, das ist für alle Beteiligten sehr, sehr cool. Weil macht bestimmt mega Spaß, mit dem neuen Controller auch zu spielen. Weil man kann halt so, so viel konfigurieren, was man vorher nur als Besitzer eines SCUF-Controllers tun konnte. Und ich finde, das ist eine geile Geschichte, weil die SCUF-Controller jetzt ja doch nicht gerade die günstigsten sind, finde ich auch, dass das ein Schritt in die richtige Richtung ist. Definitiv. Also ist definitiv ein Schritt in die richtige Richtung. Ich will das Geld erzeugen. So. Tu dreckiger Camper, Alter. So was packe ich ja gar nicht. Hinten drinnen schimmeln. Also ich habe mir ja zum Ziel gesetzt, eigentlich auf die Stats zu scheißen. Aber nein, machen wir nicht. Wir versuchen, highest KD zu erreichen. Best possible. Best possible KD. Nein. Wir versuchen ein bisschen Geld zu rescuen. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Das können wir jetzt eigentlich mal machen. Gehen wir mal zurück zu unserem Volt. Wow, 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 wow. Nicht mit mir, Kollege. Ich verpiss mich jetzt. Schauen wir mal, ob er kommt. Ob er sich traut. Kommt er? Ja. Aha. Brauche einen Headshot und ich bin down. Kann ich voll und ganz nachvollziehen. Gebe ich dir auch vollstens recht. War ja auch blöd von mir hier zu warten. Ich muss auf jeden Fall das Visier bei der P90 austauschen. Kobra Visier. Mal schauen. Und wir spawnen mal ganz hinten. Schauen wir mal, ob das Kobra Visier... Ja, definitiv ist das Kobra Visier besser. Boah. Also, das war schon sehr überraschend, dass der Kollege hier mitstand. 39 Schuss haben wir noch im Magazin. Ich wollte gerade sagen, sollte für diese zwei reichen, aber reicht wohl nicht. Oh, ein Reviver. Glaubst du ja selber nicht. Der Herr an der Serial wurde revived. Da können wir gleich mal so einen Riving-Song machen. Das ist ja mega krass. Oh, über uns. Über uns. Hinter uns. Hinter uns. Hinter uns und über uns. So. Mit der letzten Kugel haben wir sie beide geholt. Oh, da sind auch schon wieder welche. Ja, ich versuche mein Bestes. Machen wir hier die Tür zu. Bleib mal zu. Ich hole mal das Cash. Brauche noch eine extra Granate. Wow. Alter, das ist natürlich ärgerlich, dass der da hockt. Er holt... Hat er noch... Nee, er hat keinen mehr geholt, aber es ist ärgerlich. Ich hatte volle Taschen. Wäre natürlich durch gewesen, aber ist auch sehr, sehr dumm gewesen von mir, da einfach so durchzugehen. Aber 9 zu 3 kann man so lassen. Kann man auf jeden Fall lassen. Damit ist die Runde auch schon wieder beendet. Ich bin zwar nicht der Beste, aber ich bin im guten Mittelfeld. Nicht nur im guten Mittelfeld, sondern direkt in der Mitte. Wir spielen noch eine Runde Blood Money Banküberfall und sehen uns gleich wieder. Bis denn. Schaut einfach mal auf G2A.com rein, wenn ihr uns unterstützen wollt beim Spielekauf. Danke dafür. Servus.